ich war super er ist aber der Brüssel noch geiler der Kerlin Stimper mit ein das treu ich dir zu Gott zu das ist ein Konform die Brüder mehr bezahlen Autor für die Trash-Modell Autor und Freie und dann müssen wir das wird man sagen die hübschen dort wird schießt das Prozent die Kürz am Ende wieder nur über der Korn den Gewerzer Kärchen vor hier ich glaube ich muss mal extra noch mal das wird ausdrucken um eine hilfeststellung das könnte ich machen die CD er will ich bestehre heute noch muss mich aber da noch mal dran und das nebenbei du könntest du sogar den Böse die Böse ist mir das Lied näher dass ich ja gar nicht sehen ich werde wieder bitte wollen wir dürfen verursachen zu können nicht auch ein bisschen das vor Ort und zuerst auf die Sitzung die Böse sind das ist auch schon eine Melodie das ist da ein Jahr um das Intro vom Richter wie auch ich die Akustik deswegen ist das so so achten aber es trifft dann nicht so ganz die Stimmung von dem Lied bei deiner oder von meinem von meinem die 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 Stimmung die Gänse gar nicht ausgespülen worden das ist ja fang da mit üben verdammt was? fang da mit üben verdammt dann spiel ich den ganzen Tag in den Autos und lassen Gänsehne mit rocken die hier habe ich denn sie hat mir und jetzt einfach Improvisation siegt ja ich spielbar lässige Korps und du hast da was jetzt ich will genau achten jetzt kommt er bis sie bekommt davon aus dem ja wenn die Gefäder die Schöne und die die sie meinten die Hälften von jetzt kommt kein bissiger Kommentar von mir aber er fällig für die Schöne trotzdem oder die Partei auch aber nur auf nur auf dem Weg nur auf dem Weg verheiratzt hier Prozent groß ist auch zu kurzem nur für mich nur für mich nur für mich nur für mich achten die Post jetzt die 5.000 Wettbewerb wer noch extra sexuell nicht sagen auch das traue ich dazu die Kostelgäuern andere werden wegzuhalten schreibst du wie es ist immer schwer der Karte heute hat es noch zeigt da der große der kann man die Union und der Kunde das war es war nicht so gut üben ist auch da aber noch später auf die Schuhe aber okay zählt den 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 okay I said son, have you seen the world, but what would you say, if I said that you could, just carry this gun, you'll even get paid, I said that sounds pretty good. Black leather boots, that shine so bright, they cut off my hair, but it looks alright, we marched and we sang, we all became friends, as we learned how to fight. Hero of War, that's what it'll be, and when I come home, he'll be damn proud of me, carry this flag to the grave of a... Langst du genug? Ja, geht schon. Because it's flag that I love, and... a flag that I trust, and I flag that I trust, and I flag that I trust, and when she did... That I trust, and I... Oh, schalt dein Gehirn aus, as is... Muss Sieg, der muss wohl kreativ sein, nicht nachdenken, sondern machen. Na, und ich hab yabs, meine Güter. das ist das ist wenn man die Sache so lange zu denken bis man sie nicht mehr kann geht mir genauso in Sport auch da hab ich Japs oh reißer Schwede komm Sandy da musst du den Spruch halten das war ja geil komm lass krachen um ja auch gar nicht heute meine Güte oder Kevin schreibt jetzt politische Texte und das ist wahr jetzt mal jetzt bei Wikipedia ein Kumpel in der Welt kommen die Ereignisse aus die du machst du siehst du musst ihn Mann herrkulte Wissensum aber auch später mehr abklappen wenn du musst du das wollen kommt bis jetzt steht auch mit zu machen Kinder aus Verbrauchert so kann man so kann man es haben so kann man es zusammenfassen genau die Kasse mit so weit ist gelandet bis zu weit ist gern hat und für es zu fragt ist aber müssen einladen nicht nur oder mein Wieser bei Sünden okay als er sich gelandet bis er ist in der Tat senden auch bei der Mauer die Vorbereitung auch weiter und weiter geht das Strophe die Opelstrahlung dann auf den so und Jörg Markkimmel die Schüttel drin der Kreis bei der Gerdt-Mammer I took him away, I bagged over his face, from his family and his friends. I took off his clothes, I pissed in his hands, I told them to stop, then I joined in. I took off guns, and buttons, not just once, but again and again. I'm going through a war, yeah that's what I'll be, and when I come home, they'll be damn proud of me. I'll carry the flag, to the grave if I must, cause it's a flag that I love, and a flag that I trust. She walked, the bullets in haste, I asked her to stop, I begged her to stay, but she pressed on, Cause I lifted my gun, and I fired away. The shells jumped through the smoke, and into the sand, that the blood now has soaked. She collapsed, with the flag in her hand, a flag white as snow. A hero of war, is that what they see? And with damn scars, so they're damn proud of me. And I bought, the flag, that flag home, now it gathers dust, but it's the flag that I love. The flag, the only flag I trust. Wait, wait, wait. He said, son, have you seen the world? What would you say? I said that you could. What's going on? Thank you, thank you. Who wrote this? You! Oh, he has just... Oh, Kevin, he has me. No, he has just something else. Thank you for your time. He has of course me. ich bin der Einziger und darf ich zum Herzen danke Dankeschön Dankeschön ist etwas zu liebsten Prozent Prozent und so nicht als sie wir wollen steißen werden mit dem Smiley ewig nicht gefunden wir wollen stellen das muss ein Tastengürze gehört die die Binnen er hat in der Bargänse aber auch geboten ich auch die Mauswahl mit Möller-Werke Let's the Money together Schlau das ist gut er hat sich über das Leibniz mit dem Motel Pem, pem. Wisst ihr was? Ich guck jetzt nach dem Wikipedia-Artikel von Japs. Und wisst ihr was? Du lernst das Scheiß-Lied. Ich hab noch eine halbe Stunde, da muss ich essen gehen. Pum. Kevin, jetzt reißt sich das Sammlung nicht wie Klänkin. Warum ist da ein faul Muni? in folge so gut wie geht aber auch auf der Bühne die Kürtel er hat er Rüßel Japs vor Ort genommen wo das ist Koppel an Bandschlägen hätten die Kinder Echter Kero der Käfer hat auch nur irgendwie man kann ja jetzt nicht wahr sein was sind die Karte wieder wie geht es? Buck auch Buck Buck ja ich würde es auch gerade machen das ist super das ist super warte mal es mich noch mal hier in 10 Wochen Buck Spam noch was? Spam 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 was ist weh so so müssen in die Normen bei dir nicht? ja ich habe da ganz kurz gehört oh nicht dass mein Computer ist von den ganzen Arsch und Käfer abkackt oh sieht mein Käfer hier ok wenn hast du es mit Raps aufgenommen wie er sich hm hab ich geil ja seid so einfach Arschlächer ja ob man kommt mit Herz ja scheiß also wisst ihr jetzt was Japs ist ja schon lange was ja schon lange ja fein sagst du doch selber auch klar das ist ja was Lieblingswort ja und wenn du willst auch noch was dazu sagen schräg zu schreiben wir sind wir sagen hollten wir sind in wo an die ja er wird so wieder m m Ok. Warte, guck mal, wie es läuft. Ich tue dich heute noch heute. Da hast du dich aufladen. Ok, gut. Ah, cool. Jetzt werde ich hier weiter und dann kommt Ding, 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 Ding. Gut. Dann, bis dann.